Die Forschung hat etwas Neues herausgefunden. Über Affen. Das sind die Leute, von denen wir abstammen. Und zwar wenden Affen Kulturtechniken an. Zum Beispiel, um an Honig zu gelangen. Hätte man nicht gedacht. Sie gehen also nicht von Blüte zu Blüte und sammeln den Nektar, sondern sie lassen die Arbeit die Bienen machen und holen sich dann den Honig von denen. Das ist erstaunlich. Ähnliches kenne ich nur von meinem begiften Mitwohner, wenn er in mein Nutella gelangen will. Und übrigens, da benutzt er sogar einen Löffel. Morgen geht's weiter.